Hallo liebe Leute, hier ist der Venni vom Halo Cluster und ihr wisst wie das manchmal bei uns ist, wir haulen eine Cluster News Folge raus und direkt darauf werden wir schon wieder bombardiert mit Neuigkeiten. Deswegen gibt es auch hier direkt Folge 14 für euch, ich wünsche euch viel Spaß. Auch in dieser Woche bekommt die Master Chief Collection einen weiteren Patch. Über die Inhalte des Patches ist derzeit noch nicht viel bekannt, aber das Hauptaugenmerk liegt diesmal neben der Performance auf der Benutzeroberfläche und ich zitiere auf diversen Verbesserungen in einer Vielzahl anderer Bereiche. Sobald jedoch der Zertifizierungsprozess abgeschlossen ist, will der Entwickler Punkt für Punkt erläutern, was im Spiel verbessert wird. In einem Patch letzte Woche wurden uns ja schon neue Achievements gebracht. Ihr erkennt jetzt auf der Master Chief Collection, sobald ihr die euch anschaut, dass man bis zu 5000 Gamerscore spielen kann. Das heißt, es sind 500 neue Gamerscore gekommen. Darunter befinden sich Erfolge rund um die Spartan Ops Mission, sowie neue Erfolge für den Multiplayer, in dem man zum Beispiel diverse Medaillen sammeln muss, legendäre Medaillen oder Assist Medaillen. Schaut einfach mal rein, es gibt jetzt wieder eine Vielzahl von Gamerscores zu machen für die Achievement Hunter da draußen. Und die, die den zusätzlichen Content der MCC verpasst haben, weil sie sich entweder das Spiel oder gar die Xbox One noch nicht gekauft haben, wer würde sowas denn tun? Für die ist der Release der DVD und die Blu-ray-Fassung von Halo Nightfall am 17. März wahrscheinlich am interessantesten. Diese soll sowohl in der Standard- als auch in einer Steelbook Edition zu kaufen sein. Und was hier auch mal ganz interessant zu erwähnen wäre, ist, dass der offizielle Halo Online Store mittlerweile eine Reihe recht netter Merchandise-Produkte anbietet. Neben einem sehr detaillierten Plasma-Gewehr finden sich dort auch ebenfalls sehr detailverliebte Figuren, als auch Jacken und T-Shirts und so weiter. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, schaut einfach mal rein. Wie kürzlich erwähnt, ist in der dritten Woche der Halo 5 Beta die Forge-Map Pegasus im Matchmaking vorhanden. Und diese wird erstmals den Rocket Launcher in der Beta implementieren. Aber damit nicht genug, wird in der finalen Woche noch ein neuer Spielmodus des Halo 5 Multiplayers vorgestellt. Die Rede ist von Stronghold oder Festungen auf Deutsch. Einen kompetitiven Modus, in dem es zwei von drei Zonen zu erobern gilt und zu punkten. Drei für drei rät jedoch davon ab, alle drei Zonen zu kontrollieren. Genau, wird nicht drauf eingegangen, warum, aber wer sich im Shooter-Genre ein wenig auskennt, dem ist das Spawn-Verhalten in solchen Modis sicher geläufig. Aber mit Sicherheit wissen wir das nicht. Was meint ihr? Ach ja, und die Einführung von Stronghold hat keinen Einfluss auf die anderen Spielmodus in der Beta. Das heißt, ihr könnt weiterhin Slayer und Breakout spielen. Also einfach munter weitermachen mit dem, was ihr bisher gemacht habt. Und jetzt das Beste zum Schluss. Schon seit dem Mai letzten Jahres ließ sich vermuten, dass Microsoft an einer Fortsetzung des Echtzeit-Strategiespiels Age of Empires arbeitet. Tja, Age of Empires. Was hat das jetzt mit Halo zu tun? Ganz einfach. Ein kürzlich neu erschienenes Stellenausschreiben zeigt uns, dass an jenem Spiel wahrscheinlich immer noch mit Hochdruck gearbeitet wird. Darin sucht man einen Senior Software Engineer, welcher die nächste Generation großartiger Spiele für Windows und Xbox einleiten soll. Auch wolle man ein beliebtes Strategie-Franchise zur nächsten Generation führen. Genauer gesagt wird jemand für das Decisive Games Team gesucht, das wahrscheinlich ein neu gegründetes internes Microsoft Studio sein wird. Da die Marke Age of Empires nach seinen Online-Free-To-Play-Titel enorm einstecken musste und Halo Wars, ja, Halo Wars, bislang keine Fortsetzung bekam, und das seit mittlerweile schon sechs Jahren, liegt es nahe, dass es wohl möglichst bald eine Fortsetzung geben könnte. War doch eine klasse Sache, oder? Was haltet ihr davon? Das war's erstmal von der heutigen Folge. Eine recht kurze Folge mit doch interessanten Themen mal wieder. Was haltet ihr von den heute genannten Themen? Schreibt es uns einfach mal in die Kommentare. Und, ja, ansonsten, wie immer, Feedback, Kritik, ein paar nette Worte, sind immer wieder gern gesehen bei uns und machen uns das Leben hier bei YouTube mit euch zusammen noch ein bisschen süßer. Also, immer schön weiter aktiv bleiben, meine Freunde. Ich verabschiede mich jetzt im Namen des Clusters, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und, ja, sage einfach mal, euer Venni ist raus. Macht's gut.